Hallo und Willkommen aus Ochtendung bei der ersten Rundlauf-Punk-Meisterschaft. Wir sind beide schon raus. Er, verletzungsbedingt? Nein, nicht wirklich. Ich habe mal mitgemacht, war jetzt nicht so das Cleverste, was ich gemacht habe. Wie warst du? Du warst erste Runde schon raus? Ich war erste Runde tatsächlich raus, aber nicht der erste von sich. Ich bin der Einzige aber aus unserem Team, der die zweite Runde erreicht hat, aber so knapp an der dritten Runde vorbei. Wir hatten zwar einen Gast-Teammitglied, der ist nicht ernehmenswert, dem das mir unbekannt. Der ist zwar fälschigerweise in Runde 3 gekommen, weil man dachte, der hätte in der zweiten Runde nicht mitgespielt. Obwohl er mit mir drin stand und von mir raus war, aber es ist egal. Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier so 100 Leute gefragt und zwar Fragen wie auf einer Skala von 0 bis 1. Wie geil bist du denn? Oder welche Dinge trägst du immer bei dir? Oder an was hast du oder ihr gestern als letztes gedacht? Also da hoffen wir ja, dass die Antwort kommt an uns. Wir lassen uns mal überraschen, wenn wir jetzt so vor die Linse kriegen. Kann ich jetzt mein Schweigegelübde brechen? Ja, da hast du. Was wolltest du sagen? Labertasche, was? Hältst du einmal den Mund, ne? Boah, komm, lass uns mal gucken, was hier abgeht. Ja, haben wir unser erstes Opfer. Ja. Hey, was geht ab? Ja, viel. Ja, wie weit bist du heute gekommen? Ja, ich bin in der dritten Runde leider ausgeschieden, aber für mich die Hauptsache, dass ich dich rausgeschmissen habe. Das war das einzige Ziel. Ich wollte dich einfach nur netterweise eine Runde weiterlassen lassen. Ah, super. Wir supporten ja, Bench, und ich suche supporten wir ja auch. Aber ja, deswegen wir hier sind. Wir haben heute drei Bananefragen. Okay, Bananenfragen oder Bananenfragen? Bananenfragen. Ist egal, du wirst es mehr. Okay, ich merke das. Alles klar. Auf einer Skala von 0 bis 1. Wie geil bist du? Äh, 0. Super, super. Welche Dinge trägst du immer bei dir? Mein Portemonnaie. Ja, ist total spannend, oder? Voll spannend. So, und wir hoffen auf eine Antwort. Wir sind mal gespannt. An was hast du gestern als letztes gedacht? Dass ich gestern als letztes? Ja, als allerletztes. Dass ich gerne einschlafen würde, weil ich müde war. Ja, okay, die Antwort haben wir nicht auch. Aber vielleicht beim nächsten. Danke dir. Ja, voll spannend, oder? Ja, viel Spaß. Alles klar, so dein Backstar. Ciao. Hier haben wir fast was Regionales und zwar aus Koblenz. Wellenbrecher. So, Andi, fangen wir direkt an? Ja, fangen wir an. Hier, Philipp, gleich neben mir. Okay. Auf einer Skala von 0 bis 1. Wie geil bist du? Ja, ich würde mal sagen, so ein 6. Korrekt. Okay, mach ich die nächste? Darfst du. Okay. Welche Dinge trägst du immer bei dir? Ähm, Feuerzeug. Was ist das? Es ist so, 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 so Standard. Es ist okay, ja. So, Andi. So, Standard. Ja, schrei die Frage hinaus. Schrei die Frage hinaus. Ja. Schrei die Frage hinaus. Ja. Genau die Frage nochmal. Warte, ich spritze da sie mir zu. Ja, stimmt. Genau. Es kommt wieder zu. Hier ist ein Bild. Also, äh, was hast denn du gestern Abend als allerletztes gedacht? Als allerletztes? Es gibt nur eine richtige Antwort. Ja, und auf die warten wir. Wecker stillen, da will ich nicht um 16 Uhr erst aufstehen. Bier! 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 Nee, also sie haben es auch nicht geschafft, aber die jüngste Geist supportet sie. Sie haben einen T-Shirt. Bällebrecher aus Koblenz. Ja. Willkommen zurück. Wir haben leider noch nicht die... Du musst näher ins Mikro rein. Ich bin schon. Ja, ist recht. Ja. Wir haben leider noch nicht der in Ganova bekommen, aber dafür, ja... Gut die Platzhalter. Genau. Der soll ja voll arrogant sein. Ja, hab ich auch gehört. Wir sprechen mit jedem. Nee, das stimmt. Er wollte mit uns ein Interview führen, aber braucht doch... Ja, quasi für den Ganoven eingesprungen. Super. Aber im Wirklichkeit ist es... Räuber und Gendarm nennt man das auch. Achso. Aber im Wirklichkeit bist du natürlich Renning von den H-Blocks. Also, unsere Generation... Meine Generation kennt dich, andere weiß ich nicht, heutige Generation... Eine Generation reicht eigentlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die Beste. Das waren halt wir. So. Ja, dann kommen wir mal zu mir. Also, jetzt hast du die drei banale Fragen. Achso. Auf einer Skala von 0x1. Wie kann ich dich denn? Definieren Sie geil. Wie solltest du denn? Also, Geilheit kennt bei mir keine Zahlen. Gut. Ich war ja schon dabei. Also, geil. Das ist Matt. Welche Dinge trägst du eigentlich immer weiter? Ähm... Also, tatsächlich habe ich immer meinen Rucksack dabei. Aber ich weiß nie wirklich, was da drin ist. Aber es ist dann häufig so Sachen wie Haustürschlüssel. Ja, ich bin ja mal, keine Ahnung, drei Monate nicht zu Hause gewesen. Ja. Wo ist mein Haustürschlüssel? Ja, genau. Und der Haustürschlüssel ist halt im Kleinen. Der Rucksack ist ja relativ groß. Und dem verliere ich halt eben alle zwei Jahre im Entschlüssel. Aber tatsächlich, ich hänge nicht so am Besitz. Es ist manchmal auch scheiße, wenn ich dann so Leute fragen. Oh, hast du lieber ein Foto aus deiner Kindheit? Und dann, ja, hab ich nicht. Also, aber... Immerhin ein Rucksack und ein Schlüssel. Ja. So, gut, dann. Letzte Frage. Aber ja, einfach. Ja, einfach. Also, die Antwort darauf. Es gibt nur eine richtige Antwort, die schon davon man wusste. Ha, 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 ha. Unterhalb oder Oberhalb? Oh ja, einer wusste es ja machen. Frage Nummer drei. An was hast du gestern Abend als erstes gehört? Ja, das ist eigentlich gar nicht so witzig. An Brustkrebs. Oh. Ne, aber, ähm, also, betrifft keinen aus meinem Instagram-Feld. Ich hab so eine Fernsehserie gesehen auf dem Streaming-Anbieter und da gibt es immer Brustkrebs. Das ist echt... Weil ich bin heute Morgen aufgewacht und hab gemerkt, dass ich scheiße geträumt hab. Und dann hab ich festgestellt, dass ich die Serie nicht zu Ende geguckt hab. Weil auch so scheiße ist mit dem Fernseh im Bett einzuschlafen. Das müsste ich eigentlich besser wissen. Aber mein Computer, wie übrigens immer, dabei. Ha, 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 ha. Ich drehe mich gerade auf. Ha, 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 ha. Ja, wir danken dir, dass du den Schluss mit dem Raum sagen kannst. Ja, wir können aber den Schluss noch ein bisschen länger gehen. Ja, wir können das gerne mal vertügen. Das ist schon korrekte Fragen. Können wir auch machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Genau. Bleiben Sie dran. Stay tuned. Medienprofi, man merkt's. Wenn es das nächste Mal wieder heißt, Coaching mit Henning Weder. Jetzt kommen wir zum nächsten Fommi. Ihr seht gerade Blatt-Turbo. Ja, und zwar mit Andi, der Ganove. Und dem Martin. Otte. Wer ist Martin? Ja, egal. Aber ich weiß, dass der Otte geil ist. Kommen wir auf den. Ist das nicht der? Ganz schnell. Bitte nicht. Doch auf einer Skala von 0 bis 1. Wie geil ist die denn? Ja, irgendwo dazwischen. Das ist okay. Ich hab mehr erwartet von dir. Ganz ehrlich. Ich bin bescheiden. Ja, ich merke das. Bei der Spruchfroße heute. Wir sind bescheiden und drücken uns auf die nächste Frage. Was trägst du denn so immer bei dir? Was ich immer bei mir trage? Meine Afri-Cola. Zumindest heute. Darf ich das sagen? Das könnte auch eine andere Marke sein. Ja. Aber die haben hier halt nur Afri. Ja. Ist halt so. Ach so, wie geht's dir falsch? Nächste Frage. Drei Bananen? Ja, ja, ja. Was waren da jetzt Bananen? Pass auf. Bei dieser Frage gibt's nur eine einzige richtige Antwort. Okay. Hat noch keiner geschaffen. Aber vielleicht, ich glaub an dich. Die Wurzel aus Neuen, oder was? Nee, nee. Was hast du gestern Abend als letztes gedacht? Als letztes hab ich gedacht, oh, ich kann nicht pennen. Nein. Die richtige Antwort ist eigentlich Blattur. Die steht auf meiner Brust. Ja, einfach sagen. Das war eine richtige Lösung. Die steht auf meiner Brust. Drei Fragen an Blattur. Drei banale Fragen. Oh, oh, oh. Hier mal her. Alles klar. So. Wo fangen wir an? Jetzt fragst du zuerst. Ja, wir fangen an mit dir. Also von hinten an. Hattest du während eines Geschlechtsaktes schon mal irgendwie Erektionsprobleme? Tatsache nicht. Tatsache nicht. Warum? Achter auf meine Gesundheit. Du achtest auf deine Gesundheit. Das ist super, gut. Oh nein. Welche Klassen hast du doppelt gemacht? Und jetzt sag mir nicht, du bist noch nie sitzen geblieben. Das glaube ich dir nicht. Doch, die erste Klasse habe ich doppelt gemacht. Hast du wirklich doppelt gemacht? Ja, ich musste in die Vorschule nochmal. Aber in der Schule war die Vorschule damals noch. In der Vorschule, okay. Du hast damals schon so scheiße. Ja. Alles klar, geht jetzt an euch beide. Ja. So. Und ich möchte, dass ihr aber bitte echt nicht überlegt, sondern es muss nie aus so Pistole, knows so muss das kommen, das können wir gut, ja. Und ihr antwortet wirklich beide gleichzeitig, okay, ja? Okay. Ja aber halt, ja, so viel Zeit muss es sein, mein성ика. Ja, man muss sich da auch ein bisschen vorbereiten. Seid ihr bereit? Ja, ja. Okay. Wer von euch... Das ist geil, so viel Aufmerksamkeit. Ich hab das Schlimmste gerade. Also, ich auch. Wer von euch beiden... Und ihr zeigt jetzt nur... Nicht antworten, sondern mit dem Finger. Entweder so oder so. So, okay? Wer von euch wäre eher in der Lage, Bundeskanzler zu sein? Los! Alles klar. Dankeschön, das war's schon. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Dengarnovo. Und Blattturbo. Ich mach mich zu meinem Vizeminister für Getränke. Oh, das ist eine gute... Das ist eine sehr gute... Ich wäre gerne Klassminister. Darf ich mich machen? Ja, das darfst du. Was schaffe ich mal? Haben wir sonst noch eine Bar vor? So, gerade hatten wir noch Dengarnovo. Nun direkt schon die nächsten. Und zwar LAG. Ja! Inwieweit seid ihr heute gekommen? Erste Runde, zweite Runde, zweite Runde, dritte Runde. Ja, ich bin auch zweite Runde. Haben wir schon mal was gemacht? Ja, mein Viertelfinalisten. So, okay. Jetzt bekommt ihr drei Fragen, die nicht gerade einfach zu beantworten sind. Wenn man mich abkriegt. Aber ich frage dich zuerst. Jawohl. Auf einer Skala von 0 bis 1. Und wie geil bist du? Eigentlich die richtige Antwort ist 42. Was trägst denn du jedes Mal immer bei dir? Ja, meinen Hoden, glaube ich. Das ist Aufstieg. Das war eine Zahl. Er hat nur eine und der andere, der kann auch staunen. Du, ich staubst. Okay, okay. Aber jetzt stelle ich euch beiden einfach die Frage. Dann kommen wir rein. Und zwar, es gibt nur eine wichtige Antwort und die steht bei Andi auf dem T-Shirt. An was habt ihr gestern als letztes gedacht? Es ist schön, wie die da hinschauen. Aber keiner sagt die Antwort. Wahrscheinlich, weil es eine eiskalte Lüge wäre. Wir haben nur noch Tischtennisbeeren gesehen. Nur Tischtennis. Okay. Und du? Das hat sich was gedreht, ne? An Rotwein? An Rotwein. Okay. Ja, das stimmt. Das haben wir gestern. Er war der Grieche mit dem Rotwein. Das ist beim Tischtennis, wir haben noch geübt gestern. Der hat Minz ins Auto genommen. Wir haben sich nicht getraubt, Latou. Ja, das glaube ich auch. Wir stellen vor, wollte ich sagen. Ja, stellen wir ja auch. Aber jetzt. Aber wir suchen die Nächsten und irgendeiner wird uns hoffentlich hier einfach noch verschicken. Hier sind wir wieder. Und diesmal mit Lena von Kinnas. Hallo. So, Lena, mal gucken, ob du türkisch antworten willst. Nein, weiß ich nicht. Wir fangen mal ganz, ganz human an. Auf einer Skala von 0 bis 1. Wie geil bist du? 0,2. Das kannst du bitte an. 0,2? Das ist sehr gut. Total. Basta. Welche Dinge trägst du immer bei dir? Immer bei mir? Dann trage ich mein Handy. Und Mädchenkram. Nee, Mädchenkram ist jetzt auch ein bisschen hoch. Muss kommen. Ja, der ist gut. Ja, der muss kommen. Das Werkzeug habe ich immer im Auto. Gut. Jetzt kommt die... Die beste Frage eigentlich. Es gibt nur eine Antwort und die steht auf Andys Brust. An was hast du gestern als letztes gedacht? Hast du mal Nein gesagt? Nein, weil ich mir vergessen habe, habe ich heute Morgen sehr drüber geholt. Ja, die wichtig antworten. Aber kann ich verstehen. Kann ich voll verstehen. Ich denke jeden Tag permanent. Doch, das ist gut. Vor allem heute Morgen, als ich Angst hatte, weil ich genau weiß, dass E-Mail kommt und gefragt werde. Seid froh, dass ich vorwarnen habe. Ich gebe ja noch Vorbereitungszeiten, nur ohne Vorbereitung. Ja, ja, das ist unbezweifelt. Aber Dankeschön. Hast du heute gewonnen? Nein, natürlich habe ich nicht gewonnen. Der auch nicht. Der auch nicht. Das macht mir ein bisschen Hoffnung. Das werden auch nicht gewonnen hat. Wann bist du ausgestiegen? In der zweiten Runde. Okay. Ich hatte den Plan, ich will ja antreten und ich will genau einen Ball gefunden haben. Das hat nicht ganz geklappt, aber in der zweiten Runde hat das super geklappt. Einmal den Ball geschlagen und vorbei. Kacknet hatten heute viele. Ja. Du bist ja direkt in der ersten Runde raus und danach ab ins Krankenhaus. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber gut. Der Nächste bitte. Der Nächste. Nun haben wir ihn den Koks ab. Nein, falsch. Muss ich sagen. Das ist direkt eigentlich... Koksar. Ja, das wissen wir, aber ich muss dir sagen, warum auch Koksar. Du wurdest eben gesucht, etliche Leute haben Koksar gerufen und das Highlight war, auf dem Klo, das Klo war abgeschwirt und ich habe nur geklappt und habe gefragt, ist der Koksar da? Und die Antwort war ganz spontan, nee, ich bin nicht der Koksar. Und das ist auch ein Witzel, deswegen bist du jetzt der Koksar. Okay, okay. Okay, aber nicht schlimm. Kass auf. Ich hör zu. Denk gut darüber nach. Okay. Oder versuch spontan zu antworten. Okay. Welches Lied von Dan Ganove findest du am besten? Kann ich sofort beantworten, ich weiß aber nicht, wie es heißt. Ich glaube, es heißt sogar ein kleines Lied. Ein kleines Lied? Ja. Hat er, glaube ich, auch nur als Real, wie bei Insta verhalte, Megasong. Wirklich. Kein Scheiß. Ganz ehrlich, man kann viele Witze über den machen, aber dieser Song, ein guter Song. Wirklich. Du bist verdammt nett zu dem gerade. Das ist... Nein, nein, nein. Aber den einen Song muss ich schon wieder holen. Aber jetzt hat er ja schon die zweite Frage quasi beantwortet. Ja, genau. Was war denn? Warum? Ach so, melodisch und lyrisch stark. Melodisch und lyrisch stark. Und auch mal an Dan, der mal ein bisschen runterfährt. Nicht immer nur ironisch und sarkastisch, sondern auch mal an Gefühle. Weißt du, der Mann von heute zeigt auch Emotions. Was siehst du? Der Mann von heute ist einfühlsam. Und das hat Dan gezeigt, dass er das auch kann. Was er da macht, ist nur eine Rolle. Weißt du, eigentlich ist das auch ein gefühlvoller Mann, so wie wir. Wir wollen doch alle nur eine Umarmung von uns abfragen. Er zeigt es dir. Er zeigt es dir. Gut. Aber pass auf. Wir sind ja jetzt schon mal bei Dan. Ja. Du hast nun schon einige Male mit Dan live gespielt. Welcher Auftritt mit Dan war der beste? Ja, von den unzähligen Auftritten würde ich tatsächlich sagen, in die Duisburg war ein schöner Auftritt mit Denganova. Gutes Publikum, gute Stimmung, dafür, dass da so ein kleiner Laden war, er hat Bock gemacht. Ganz ehrlich. Und Denganova, der weiß, hat Publikum zu behalten. Ja. Und weißt du, warum du die Fragen gekümmt hast? Weil Dan, du darfst mal sehen, da hinten ist die versteckte Kamera. Was denn? Und jetzt kriegst du natürlich die richtigen Fragen. Genau. Da hast du, Alter, kommt, hat sogar eine Latte. Aber, aber, das ist alles. Ich habe richtig nett geantwortet. Er hat richtig gut über dich geredet. Scheiße. Ich habe auch, ich war verwundert und dachte schon, toll. Und ich habe gedacht, ey, der wird sich spätestens bei der zweiten Frage umdrehen. Wo ist der Pett? Ich wollte nicht wissen, was mit Denganova wollte ich wissen. Aber gut, ich wollte nett sein, nice. Okay, gut. Dann machen wir eine gut recherchierte Frage. Jetzt kriegst du zu Teil zwei. Jetzt kommt Teil zwei. Schnitt. Und geht weiter. So. Hallo. Auf einer Skala von 0 bis 1. Wie geil bist du? 0,99. 0,99. Also fast 1. Okay. Man braucht ja ein bisschen Demut. Das ist schon richtig. Ein bisschen Demut. Keiner mag arrogante Menschen, weißt du. Das ist schon okay. Was mich auf die nächste Frage bringt. Warum? Moment. An was hast du denn gestern als letztes gedacht? Und jetzt gibt es nur eine richtige Antwort. Und die steht auf seinem Tücher. An deine Nippel? An deine Nippel habe ich gesagt. Ich hoffe nicht. Nein, nein. Ich bin mit einem sehr wohligen Gefühl eingeschlafen und habe tatsächlich hier an die Meisterschaft gedacht. Richtig Bockhaft. Haben wir glaube ich alle. Ja. Cool. So, dann kommen wir auch noch zur letzten Frage. Welche Dinge trickst du immer bei dir? Tatsächlich, also nicht immer im Körper, weil es gerade im Auto ist, aber Fisherman's Friends. Fisherman's Friends. Weil man weiß ja nie, wann Dan kommt, dann schmeiße ich den direkt einen in die Fresse. Wenn er mal spricht. Dann schmeiße ich den immer einen ins Maul, weißt du. Seht ihr, in Teil 2 ist er nicht mehr so froh, dass es zu verändern ist. So, danke dir. Ich danke dir. Macht viel Spaß und wir sehen uns. Ich danke dir. Alles klar. So, dann. Mach's gut. Der Nächste. Ja, wir haben wieder spontan eine Band gefunden und zwar gewisse Leute 712. Ja, das ist gut. Ich habe auch ohne Scheiß, ich habe auch da hingekommen. Ja, das war ultra spontan, gerade vor zwei Minuten lang. So, deswegen darfst du als erstes... Wie Helmut Schmidt, Alter. Das ist ja nur YouTube, da geht das. Das ist nur YouTube. An die Ruhe. Auf einer Skala von 0 bis 1. Ja. Geil, wisst du nicht. 1. Der erste Mal, der ich 1 fand. Der erste. Ich glaube, dann gebe ich mir die 0, Alter. Die hat tatsächlich auch noch keiner gesichert. Ich nehme an die anderen, die 100 gesagt. Tausend. Nee, 0,9. Der erste Mal, weil man muss ja die anderen auch eine Chance lassen. Das ist scheiße. Und ich habe die Piercing gemacht. Aber tatsächlich ist es verliert. Tatsächlich. Gerade eigentlich nicht, weil ich sie eben einen Job braucht, um Router zu besetzen, Alter. Ich habe immer einen Sticker. Über einen Sticker. Das ist auch gut. So, kommen wir zur allerletzten Frage. Da gibt es nur eine Antwort und die eine Lösung steht, ob ich so bei Andi aufgeboten bin. Oh, das ist der Druck wechseln. Ja, bis jetzt hast du noch keiner gesichert. 0,12. 0,12. Der letzte Mal, das hast du gestern Abend gedacht. Genau, das war es. Bibi Blockspill. Bibi Blockspill. Genau so. Genau das meine ich. Genau mein Humor. Ja, das waren gerade gewisse Leute 712. Der nächste bitte. Ja, hier ist der nächste. Wir haben heute schon ganz viele interviewt. Die haben wir aber, also denen haben wir ganz diverse andere Fragen gestellt, die wir dir stellen, weil wir die werden wir ernst haben. Alles klar. So, Resümee zu heute. Ich fand es besser als die Kartbankmeisterschaft letztes Jahr tatsächlich. Ja. Und die fand ich schon grandios. Oh ja. Und alle, die nicht kommen konnten, die haben mega was verpasst. Also ich fand, das waren zwei Tage total friedliches Fest, wo sich wieder junge Bands begegnet sind, die noch nicht so viele Konzerte gespielt haben, mit Bands, die bei Rock am Ring waren und so. Und die Punks, die haben wir gut vertreten. Es gab Elektropop, Schlager, Meckel, also hier war wirklich alles da. Viele Menschen aus Ordnung. Und wir hatten jetzt so in den zwei Tagen um die 600, 700 Leute wieder hier. Und mega cooles Fest und ich muss sagen, der Wolf. Voll geil. Deswegen habe ich auch keine Mütze auf. Von dem zieh ich ja meinen Hut. Als Hip-Hopper kommt er hier hin zur Rundlaufbankmeisterschaft und macht hier die nächste Party noch. So, ne? Das ist wohl wahr. Megatyp. Keine Show, keine Show. Aber es gab hier für mich nur Highlights auf jeden Fall. Also ich bin runde Mühe jetzt, ne? Aber ich denke mal, ich hätte so gegen 4.30 Uhr im Bett sein. Aber hat's gelohnt. Wieder mal. Ja, das wird das, wenn wir auch, wenn wir zu Hause sind, werden wir uns auch schon früh ins Bett legen. Aber wir sind höher als du. Also ja. So. Was auf die nächste Frage kommt. Mit welchen Gedanken stehst du denn morgen früh auf am liebsten? Ja, ich hab ein bisschen Druck, weil ich hab meinen Kindern versprochen, dass wir morgen ein richtig geiles Frühstück haben werden, morgens früh. Und deswegen hab ich ja auch den Druck, dass ich jetzt gleich die ganzen Gedenkenkisten einräumen will und hier aufräumen möchte. Ich will auf jeden Fall früh früh mit euch. Ich habe, geil ist ja immer bei so Veranstaltungen, die Menschen melden sich ja so zwei, drei Tage vorher alle, ne? Ja. Ich hab glaube ich 50 unbeantwortete Anrufe. Ich kann da nicht mehr herangehen. 170 Whatsapp-Nachrichten. Und ich muss morgen glaube ich erstmal abends anfangen bei Instagram alles zu teilen. Das ist voll die Arbeit. Ähm, wenn du heute nicht hier gewesen wärst, sondern wärst auf einer anderen Anstaltung würdest du bereuen? Ja, definitiv. Also, hier in der Umgebung waren auch drei Mädchen festgestellt. Ich hab's gehört heute. Und trotzdem war hier mega viel los. Also, ich wüsste nicht, wo ich heute veranstaltungsmäßig hätte lieber sein wollen. Das ist auch ein schöner Ort. Ja. Da kannte ich nie. Und jetzt kann ich lieber. Wir haben letztes Jahr hier im Konzert gespielt. Ja. Und, ähm, da ich ja 45 werde, ich mach jetzt nicht mehr so die Pogomusik wie früher so. Aber, ja. Ich hab's auch nicht. Oh ja. Man kann in meinem Alter, also in unserem Alter kann man vorher nicht mehr. Kann man aber mittlerweile sitzen die Menschen bei mir meistens so und klatschenfreundlich. Ja. Aber, also wir hatten letztes Jahr hier in den Konzerten eine Offenung gehabt. Und das war ungewöhnlich, weil die Leute sich da zwei, drei Stunden lang in die Fresse eingeschlagen haben vor der Bühne. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist der Ort, wo das passieren muss auf jeden Fall. Ja, da passt es ja. Voll aufgereist. Ja. Ja. Also wir danken dir auf jeden Fall für diese geile Veranstaltung. Ja, danke an Blatt Turbo, dass ihr so zuverlässig wie am Start wart. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Wir sind auch hoffentlich nächstes Jahr bei dir dabei. Ja, wir spielen nächstes Jahr auch Dame. Ja. Er ist übrigens einer der ersten Kandidaten am 4. Mai 2024 beim Dame-Tourney. Genau. Ja. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auch. Das wird so richtig oldschool. Bereitest du dich darauf vor? Ich bereite mich auf jeden Fall darauf vor, weil wenn ich komme, das ist ja auch geil, das muss ich mal erwähnen, es gibt ja Leute, die kamen aus Hamburg und so hier hin oder aus Rostock. Und die haben im Rundlauf, sind die nach ein paar Sekunden ausgeschieden, ohne den Ball getroffen zu haben, weil die da leben gehauen haben. Und deswegen, daraus lerne ich und deswegen fahre ich zu euch vorbereitet. Ja. Ich glaube, ich muss mich auch als Spieler aussprechen. Ich glaube, wir erhöhen die Teilnehmerzahl. Hahaha. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr da wart. Ja, danke dir. Kommt immer wieder gerne. So. Das war unser Zusammenschnitt mit diversen Fragen, diversen Menschen. Genau. Und das letzte Wort hast du. Wir sagen Tschüss. Wir sehen uns nächstes Jahr beim Völkerwald. Ich habe es schon gehört. Aber Andi darf nicht mitspielen. Er hat sich heute hier verletzt. Ich habe Angst um ihn. Jede Mannschaft im Völkerwald braucht auch einen Teamchef halt. Und der muss ja nicht um ihn gespielen. Ja, ich glaube nicht. Ein Wasserträger wäre auch noch eine Option. Das ist doch schon wieder was mit Risiko. So, wir sind raus. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.